Der Schwiegervater von David Alaba, Frank Heppner, soll gemeinsam mit weiteren Reichsbürgern den Umsturz in Deutschland geplant haben. In Kitzbühel klickten die Handschellen. Es folgte eine Auslieferung nach Deutschland. Am 7. Dezember des Vorjahres flog die gesamte Bande auf. 55 mutmaßliche Reichsbürger sitzen seither in Haft. Keine einzige Minute im Gefängnis verbrachte unterdessen Florian Teichtmeister. Obwohl der TV-Kommissar und Burgtheater-Star 58.000 bildersexuell missbrauchter Kinder sammelte, wurde über ihn keine Untersuchungshaft verhängt. Zuvor hatte die Justiz das Ermittlungsverfahren gegen den linkslastigen Promi wegen des Besitzes von mehr als 100 Gramm Kokain eingestellt. Für die Ermittler im Fall Teichtmeister war das allerdings nur Eigenbedarf. Keine Gnade kennt die Justiz indes bei Frank Heppner. Der Vorwurf gegen ihn, er soll laut Ermittlern dem militärischen Arm der Terrortruppe angehören. Er soll den Staatsstreich in Deutschland geplant haben, um Bandenchef Prinz Heinrich VIII. Reus zum neuen Staatsoberhaupt zu mit der Rekrutierung neuer Mitglieder, dem Aufbau einer abhörsicheren Kommunikations- und IT-Struktur, sowie Pläne für die zukünftige Unterbringung und Verpflegung der Heimatschutzkompanien.